So, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde auf der Warzone. Ich schließe das hier gleich an. Und zwar... Hallo, du. Wollen wir dieses Mal die anderen Klassen angucken? Was haben wir hier? Wieder ein Steinschwert und eine Potion of Strange 2 für 1 Minute 30 Sekunden. Ich glaube, das ist das, womit ein Spastikix vorher so erledigt hat. Was haben wir noch? Ein Wooden Sword und 5 Ender Pearls. Eine Chainhose, eine Wooden Pickaxe und extrem viele Potions. Poison Harming, Splash Potions, alles. Ein Stick, viele Potions und eine Goldhose. Ein Bogen, 32 Pfeile, eine Lederhose und eine Pickaxe. Eine Hoe, Potion of Swiftness, Snowball und einen Arrow. Aber den Arrow haben wir, glaube ich, so bekommen. Ich glaube, ich nehme das mit dem Bogen mal. Das hier. Das gefällt mir ganz gut. Die Hose legen wir an. Gut. Dann gleich los hier. Wir laufen wieder in dieselbe Richtung, die wir vorhin auch hatten. Hier runter. Bam. Habe ich ihn erwischt? Oder hat den... Nein, du Killstealer, du! Mh, Mama! Okay, das war ein bisschen übertrieben. Ich wollte nur, was die Keks töten. Habe ich da gerade oben einen Namen gesehen? Ne, ich glaube, das war ein Irrtum. Hier war ich schon mal. Erinnerungen kehren zurück. Hier war ich doch das erste Mal da, wo ich mich voll verlaufen habe. Wo ich keine Ahnung hatte, wo ich hin muss. Und da unten läuft jemand, oder? Ne, das war nur der Name von dem Typ. Ich lauf dem mal hinterher auf jeden Fall. Hier ist dieses Außen-B, wo ich mit Monty so drum gekämpft habe letztes Mal. Und hier dürfte es doch irgendwo diesen Point da geben. Hier ist der. Alles klar, Junge. Was kann ich denn mit der Pickaxe machen? Die hat doch gar keinen Sinn, oder? Macht die Schaden viel? Macht die Schaden viel? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Macht die viel Schaden, wollte ich sagen. Was sich jetzt gereimt hat. Damit habe ich meinen Fehler wieder ausgeglichen. Aber erstmal rushen, weil es wieder in die... Oh, da ist jemand. Der verfolgt unseren Kumpanen. Bäm! Puh! In your face! Die kommen da in die Mitte. Da sind sie! Wir müssen sie töten! Wo sind sie jetzt? Ach, da hinten? Haben wir die schon so zurückgeschlagen? Aber nice. Hä? Wo sind die denn jetzt? Oh, da kommen sie. Und zack! Und zack! Und zack! Geh weg da! Das ist mein Schussfeld! Junge! Oh, ich hab Bastikhex gekillt! Lauf mir nicht dauernd in den Bogen, Junge! Jetzt habe ich nur noch ein paar Pfeile. Loll! Okay! Da wurde ich dann wohl gewohntet! Powerful Stones wird annihilated wie die Craft. Monty, du Mongo! Egal! Boop! 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 Oh, das war Fail! Ich habe mich mit Enderperlen auf das Blätterdach teleportiert! So! So! Machen wir weiter hier jetzt! Wir müssen wieder zu dem Typen! Da in die Mitte! Damit wir die klatschen können! Jetzt habe ich auch wieder mehr Pfeile! Und ich hoffe, die hüpfen wir diesmal nicht alle rein! Es wäre viel geiler, wenn das nicht das Target misst, sondern wenn das durchfliegen würde! Das wäre auch voll cool! Fuck! Habe ich jetzt schon einen Pfeil verschossen? Nein! Ich bin so ein Bob! Live-Steam! Da fehlt ein Air, mein Freund! Ja klar, so eine Party kann man sich nicht entgehen lassen! Aber was geht es denn jetzt um das Event hier? Habe Heal! 18 Delta, Hummeln im Daxbau! Goran spricht die Sprache des Kriegs! Dann müsst ihr so Squats bilden! Wenn ich das verstehen würde, Goran! Wenn ich dich verstehen würde! Du sprichst in Rätseln! Ja, dräng mich noch nicht vor, ich bin der Bogenschütze! Junge! Ich bin ein Typ aus deinem Team! Ich schubs dich da runter! Mann! Wie gemein! Und die PigX hat irgendwie auch keinen Sinn, oder? Was kann die denn? Du bist in meinem Team! Lauf! Lauf, kleiner Bobo! Das war wohl nix! 7.50 Die Ballerina hat Puzzlen! Wie tief! Wörter, was redest du da?! Das macht mir Angst! Bäm! Die sind aus meinem Team! Bäm! Die sind aus meinem Team! Hier, das sind ja voll die geilen... Ah, deswegen sind die hier! Verstehe! I got it! Die kommen hier eigentlich auch so reinkommen, ne? Und dann so den hier machen! Wenn mir niemand in den Bogen hüpfen würde! Ah, geh weg! Fuck! Okay, nochmal! Wo kamen die denn auf einmal hinter uns her? Ich weiß nicht, ob die PigX viel Schaden macht oder was die bringt! Das sollte ein Holzschwert sein, wenn schon, oder? Ich mein... Wie so eine PigX, wenn wir nichts abbauen können! Selbstverteidigung? Ich mein, welcher... Welcher Bogenschütze denn der mit einem Bogen? Zweiunderte, dass ich Pfeil in einer Lederhose und einer Spitzhacke mit... Also Legolas hatte das alles aus einer Spitzhacke! Wenn ich richtig liege! Aber egal! Ah, hier geht's wieder ab! Oh! Jo, das war's schon wieder mit der Runde! Das ging jetzt aber schnell! Alter, dieser Sound! Egal! Danke fürs Zusehen! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Tschau Leute!